Herzlich willkommen liebe Umweltrechtler bei Willkommen Umweltrecht. Mein Name ist Martin Niederhuber und ich stelle euch heute den neuen YouTube-Kanal der Kanzlei Niederhuber & Partner vor. Wir machen ja schon drei Minuten Umweltrecht. Es sind sozusagen so umweltrechtliche Kurzspots, die eben, wie der Name schon sagt, drei Minuten dauern. Und Willkommen Umweltrecht wird jetzt sozusagen der große Bruder dieses Formats sein, wird 15 Minuten lang sein und wir werden uns dazu umweltrechtliche Fragestellungen herauspicken, von denen wir glauben, dass es wert ist und dass es spannend genug ist, die von Grund auf mal darzulegen. Das kann zum Beispiel sein, ein Überblick über das EU-Naturschutzrecht, also Gebietschutz und Artenschutz in der EU oder Tipps und Tricks zur richtigen Anlagenänderung. Und das werde ich nicht 15 Minuten alleine machen, sondern damit es ein bisschen kurzweiliger ist, suche ich mir einen Gesprächspartner, entweder aus meiner eigenen Kanzlei, also Anwälte aus unserer Firma, aber sicher früher oder später dann auch mal Leute von außerhalb, die können aus der Wirtschaft kommen, von den Unis oder von einer NGO. Und das Setting wird immer so sein, wie es hier jetzt gerade ist. Wir sitzen hier im Kaminzimmer auf diesem schönen und gemütlichen Sofa und werden dann eben in Interviewform dieses Thema durchbesprechen. Wir schalten unsere Willkommen Umweltrechts-Videos zumindest einmal pro Quartal. Wenn es uns lustig ist, machen wir es vielleicht sogar noch ein bisschen öfter. Wir freuen uns sehr, wenn wir viele Zuseher haben, wenn das gut ankommt und wir viele Likes sammeln und besonders freuen wir uns natürlich über alle diejenigen, die ein Abo von unserem YouTube-Kanal dann auch lösen. Wir sehen uns so! Wir sehen uns so! Bis zum nächsten Mal!